Yo, Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder mit Smiley und wir testen zusammen... Ich hab eine Mittelfigga gezeigt, Alter. Ich wollte Peace zeigen und mein Körper sagt so ein Leib, Bruder. Was heißt Mittelfigga? Sorry, Leute, das wollte ich nicht. Wahrscheinlich, ja. Er hat diesen Asi-Style, weil er diese Asi-Jacke anhat auf einmal. Versteht ihr? Muss jetzt sein, Slay. Schäm dich, schäm dich. Heute testen wir zusammen russische Süßigkeiten aus dem Supermarkt. Und zwar dachte ich mir, ich zeig Smiley ein paar Sachen aus meiner Kindheit und ein paar Sachen kenne ich selber nicht. Deswegen bin ich gespannt, wie sich das in welche Richtung entwickelt. Aber bevor wir mit Zucker anfangen, nehme ich nur so'n Zuckergetränk. Nicht aus meiner Kindheit, aber mein aktuelles Lieblingsgetränk. Bist du bereit? Weiß nicht, ob ich das will. Es ist auf jeden Fall viel zu viel gekauft dieses Mal. Wenn ihr irgendwas davon kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich kenne selber nicht alles. Deswegen lass mal starten mit dem, was dich anspricht. Können wir mal ganz kurz über Marsha sprechen, wie sie guckt? Was ist das für ein Zeichenproblem? Bruder, sie lebt mit einem Bären und redet mit einem Bären. Was denkst du, wie sie drauf ist? Hoffentlich sind da keine Drogen drin. Leute, ihr kennt die Masha und der Bär? Schreibt in die Kommentare. Ich hab mal eine Umfrage bei Instagram gemacht. 95% meiner Follower wussten, was das ist. Ich war geschockt. Das riecht schon so nach chemischem Pokuss und Zeug. Ich hab das als Kind geliebt. Bist du am Zittern? Bist du aufgeregt? Na klar. Da war zu viel Liga-Meister im Spiel, kann nicht sein. Wie, das hat voll die komische Konsequenze. Ich mag das. Das schmilzt im Boden. Das ist nicht kalt, aber das schmilzt im Boden. Marshmallow schmilzt auch, Alter. Ja, aber wenn du es heiß machst. Ich mag es aber auch, Alter. Oh, nee. Was halt komisch ist, das ist dieses Rosane mit Erdbeeren oder keine Ahnung. Ja, schmeckt so nach künstlicher Erdbeeren. Die weißen sind besser. Nee. Oh, okay. Nein. Nee, gefakte Kokosnuss, Digga. Bruder, was ist mit dir? Ja, Mann. Meine Kindheit, Alter. Ich lieb das. Der liebt. Das kennst du ja, oder? Das ist so ein Milchmädchen, ne? Ja, Mann, das ist Milchmädchen. Bruder, die Russen haben das erfunden. Das ist das originale Milchmädchen. Das heißt, Skushonka. Skushonka. Genau, Skushonka. Ich hab das als Kind einfach gelöffelt, Alter. Ih, wie das aussieht. Mal, wie das hier direkt rauskommt. Ich hab das als Kind in einen kochenden Topf reingetan, also mit Wasser. Das Wasser aufkochen und einfach die Dose reinstellen. Und dann wird das hier karamellisiert. Dann ist es braun auf einmal. Das ist pervers geil einfach. Oder wenn du... Von so einem ganzen Löffel... Boah, Alter, pervers geil. Das reicht schon so. Einmal... Das laberst du. Muss meine Kindheit spüren einmal. Rein mit dem Löffel, Alter. Oh, ich geh mir noch einen. Boah, Digga, das schmeckt. Wie vergammelte Milch mit Zucker. Das laberst du. Das ist gut. Lecker. Du nimmst gleich mit nach oben die Dose, ne? Safe. Oder ich sag's, Philippe, da bist du auch leer. Mein Dad hat mir auch erzählt, also Milchmädchen war bei dem auch so ein Ding. Aber ich find das so eklig. Bruder, das war unser Milchshake damals. Milchshake für Arme. Beste Leben, Alter. Du hast keinen Arme gewonnen. Hast du eine Dose genommen, einfach aufgemacht, so, ne? Safe. Boah. Wir haben es anders gemacht. Wir haben oben in dieses Teil zwei Löcher gemacht. Wenn du zwei Löcher hast, dann kannst du das einfach so sippen. Und dann wieder abstellen und dann wieder weitersippen. Nice. Oh, das sieht gut aus. Gebäckringe mit Mohn. Die heißen hier komischerweise Suschki. Suschki bedeutet so viel wie getrocknet. Aber eigentlich hießen sie damals Bublikit. Bublikit. Genau. Sollte eigentlich süß sein. Und es ist einfach nur trockenes Brot, sozusagen. Ich hab das immer als Kind in heißen Tee reingemacht, damit es weich wird. Ist nicht ganz so süß, aber erinnert mich so ein bisschen an russisch Brot. Ja, ist schon anders auf jeden Fall. Ich kann mir echt gut vorstellen, wie er es damals in dieses, ähm, ich... Du darfst gar nicht mehr vorstellen, dass das war. Das passt richtig gut zusammen. Danke für diese Idee. Mhm. Alter. Mhm. So gefällt mir das auch besser. Beste Leben. Das sind russische Essenskombinationen. Egal, was du davon kombinierst, Zucker auf Zucker kann nicht schlecht sein. Versteh ich? Ist das hier herzhaft? Nichts davon ist herzhaft. Hier gibt es hier diese Flips, ne? Erdnussflips oder so heißen die. Und deswegen kann ich sie nicht essen, weil ich bin damit aufgewachsen, dass es süß sein soll. Und nicht so komisch gesalzen. Süßes Maisknabber erzeuger. Geiler Feist. Jetzt bin ich gespannt. Oh doch. Aber das ist ja einfach ein Erdnussflip anstatt gesalzen, gezuckert. Aber sag mal ehrlich, gezuckert ist das viel besser, als wenn das gesalzen mit Erdnussscheiß. Aber wenn die das hier anstatt Popcorn im Kino verkaufen würden, wäre ich dabei. Ich bin ja voll der Popcorn-Hater. Also das passt auch zum Kino. Das ist genauso laut, wenn man das aufmacht und dran ist. Und alles Nächste im Kino sind laut, komischerweise. Warum eigentlich? Damit man seine Mitmenschen hasst? Ich verstehe das nicht. Ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, dass ich auf Eis gekauft habe. Eis, aber Plombier? Alles Mögliche. Oh. Er hat Plombier gekauft. Plombier liebe ich ja jetzt schon. Also das kenne ich ja schon. Die gab es nicht in meiner Kindheit. Da sind so neue Sorten. Mittlerweile gibt es so 50 verschiedene Sorten von Plombier. Digga, das ist Plombier-Straziatella. Und meins ist einfach mit Hasselnuss, Alter. Gut, dass ich allergisch dagegen bin. Bist du echt? Meistens kommt nichts dabei raus. Das sagt er jetzt einfach so. Mein Traum als Kind war, eine ganze Küste davon haben, wo 50 Stück drin sind. Und ich dachte, eines Tages, wenn ich erwachsen bin, dann fühle ich mich diesen Traum. Habe ich nie gemacht, weil mittlerweile kann ich nie so viel Eis essen. Du sagst richtig süß aus. Die Mama war ein richtig süßes Kind, auch wenn er immer böse geguckt hat. Schimmt, Alter. Auf jedem Foto habe ich immer böse geguckt. Was, hier gebe ich dir nicht mehr zurück. Ich kann dir das auch gerne geben. Nee, Hasselnuss brauche ich nicht. Ist geil, aber Hasselnuss ist nicht so meins. Ja, Mann. Das ist echt lecker. Mhh. Das ist geil, ne? Ach, Mann. Wieso kann man nicht die Zeit zurückdrehen? Können Sie mir alles kaufen? Aber du hattest dann immer wieder auf dem Topf schnitt. Ich weiß nicht, was meine Mama sich dabei gedacht hat, aber ich glaube, sie wollte mich einfach pranken damals. Aber mal, Digga, ist das Butter? Nee, das ist tatsächlich auch ein Eis. Vielleicht. Tschüss. Tschüss ist das dick. Hier. Digga. Das habe ich so geliebt als Kind. Digga, wenn du das bekommen hast, das war der beste Tag deines Lebens einfach. Aber das sieht echt aus wie Butter. Aber gut. Wollen wir mal tauschen? Schmeckt ein bisschen wie Plombier. Das ist auch Plombier. Es steht auch drauf, Plombier. Weil Plombier ist nicht die Form, sondern die Marke. Sorry, ich habe nicht drauf geguckt. Kann es sein, dass du dumm bist? Geh mal zurück hier. Ich mag das mehr. Ich bin der Hasen, echt? Na, Mann. Oh, krass, ne, ich nicht. Ah, warte mal. Wenn ich schon beim Plombier sehe. Oh, stimmt. Das fand ich sehr interessant. Hier. Das ist doch, guck mal, das ist. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Oh, das wird Schokolade. Meinst du, wenn man reinbeißt? Oh, das wird Schokolade. Oh, nee. Meinst du, da kommt so flüchtiges Plombier raus? Ich hoffe nicht. Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Oh, nee, das ist so Schaumscheiße. Mh, das heißt, das ist die Spatitische Marokko. Was übersetzt bedeutet, Vogelmilch, Alter. Vögel geben doch keine Milch, oder? Das ist voll verwirrend. Ich will es nicht wissen, Digga. Wer macht die das aus Taubenscheiße und dann ist Vogelmilch oder so? Oh, nee, tu es weg, Alter. Das kann man sich echt sparen. Aber warte mal kurz. Oh, nein, Dima, nein, tu es nicht. Das ist doch schon so süß. Hör doch auf, warum machst du das? Uuuh, brr, nein. Oh, iiiiihihihi. Ja, Mann. Ich finde das so eklig. Mit Milchmädchen kann man alles aufpimpen. Das schmeckt tausendmal besser auf einmal. Hier fließt meine Kindheit, Alter, durch die Finger. Wow, Chocoselle. Können wir mal ganz kurz darüber sprechen? Also, für mich sieht das aus wie so Toffee. Und die sind krass hart. Und da steht auch schon Steinhauer drauf, Alter. Das kann doch nichts Gutes heißen. Wenn meine Mom so gar kein Geld hatte, was Geiles zu kaufen, hat immer diese Teile besorgt und meinte, das ist auch süß. Kannst du auch essen. Das habe ich so ausgekotzt, Mann. Wieso musste ich das essen? Ich glaube, das ist einfach Karamell. Ich hasse halt Karamell, ne? Einfach Karamell, aber so in trockener, gepresster Form. Nee, nee. Das habe ich auch nicht vermisst, Alter. Das habe ich sowas von nicht vermisst. Ah, ekelhaft. Was ist das hier? Trüffel-Francuski. Franuski. Also, das kenne ich nicht. Ich bisher auch noch nicht. Das hatte ich nicht in meiner Kindheit. Etwas, so gut verpacktes, kann es in meiner Kindheit nicht gegeben haben. Wie, ist das so groß, oder was? Das ist ein Teil. Ganz komische Pralinen. Ich glaube, bittere Schokolade und noch mehr Kakao, so bestreut. Oh, wahr. Das ist so dieser bittere Kakao. Das fühlt sich an, als würde ich mal Knete essen. Stimmt. Beim nächsten Mal, wer weiß, der knetet, Alter. Du knetest einfach da raus und isst es danach einfach. Also, gut, dass ich das als Kind nicht gehabt habe. Ich hätte mich nicht darüber gefreut, glaube ich. Aber weißt du, worüber ich mich jedes Mal gefreut habe? Über solche Dinge. Ein Lutscher als Hahn. Das ist einfach geil, dass du einen Hahn lutscht. Verstehst du? Nicht falsch verstehen. Du lutscht einfach den Hahn. Das, äh, meint er aber nicht die Ernste. Aber das ist halt trotzdem diese ganz billigen Zuckerbonbons. Einfach nur dieses Nur-Zucker. Es ist in Zuckerwatte, nur in Hart. Aber das liebe ich immer noch, muss ich sagen. Willst du meinen Hahn auch noch lutschen? Dicker will er mich. Übrigens, wo wir schon bei roten Sachen sind. Leute, vergesst euch nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Der Knopf befindet sich unter diesem Video. Macht den Grau. Kostet nichts. Und wenn ihr schon dabei seid, klickt doch auf die Glocke. Die macht echt ein geiles Geräusch. Ja, ja, mein Mann. Hast du es gehört? Ja, was war das? Dicker, voll heftig, oder? Weißt du, wie das heißt? Das heißt, Chuck, Chuck. Einmal Chuck hat nicht gereicht. Da ist zweimal Chuck Norris drin, Alter. Genau. Ja, was ist das? Das fällt gar nicht auseinander oder so. Leute, sieht das ästhetisch ansprechend aus. Was sagt ihr eigentlich da draußen? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, das schmeckt gut, weil Honig. Boah, das ist voll pappig. Das schmeckt friziert, gell? Kennt ihr das, wenn so die Chipspackung zwei Tage offen in eurem Zimmer stehen? Das ist dieser Taste, Alter. Riecht mal drauf. Das riecht wie eine frizierte Kartoffel, Alter. Warum? Schmeckt im Nachgeschmack auch ganz komisch. Kann ich was von diesem Eis haben? War lecker, oder? Wahrscheinlich, ey. Ah, das kenne ich. Das gibt es auch beim Türken. Das sind einfach so Sonnenblumenkerne. Mit Zucker. Auch ganz, ganz schöne Erinnerungen daran. Mein Dad hat das immer gesnackt und meinte so, ey, probierst du auch mal? Ich so, Papa, tu mir das nicht an. Probier's jetzt mal mit dem Löffel in den Mund, Alter. Was für alle für Sachen? Ich hätte nicht gedacht, dass das einfach da rausploppt. Das ist, als würde man Sahara essen. Und auch nur so einen komischen Nachgeschmack. Bäh. Voll bitter auch. Warum? Wieso mag man das? Ich verstehe das nicht. Bestimmt einer von euch da draußen mag das. Und schreibt es in den Kommentar. Ey, ihr habt keine Ahnung. Aber wenn du einer von denen bist, erklär bitte why. Schreibt nicht einfach nur, ihr habt keine Ahnung, schreibt warum. Warum? Warum? Wenn nichts anderes da ist, packen die Russen einfach mit Alufolie ein, ne? S-S-S-R, halt, diese Eis. S-S-S-R? Also es ist UdSSR auf Russisch. Und die Verpackung ist auf jeden Fall sehr UdSSR-mäßig, Alter. Könnte auch eine Handgranate sein, ne? Muss aufpassen, kommt aus Russland. Tschüss, Alter, siehst du, das explodiert schon. Das explodiert beim Aufmachen, ne? Splittert, Alter. Tschüss. Das ist genau die Art Schokolade, die ich auf Eis nicht mag. Die ist genau so knetig, weißt du? Das ist so... Ich hab's nur eh gekannt. Das ist explodiert, ich hab dich gewarnt. Du bist so dumm, ey. Oh ja. Das schmeckt irgendwie nicht gesund. Genau diese billigste Art von Eis mit billigster Schokolade kombiniert. Das ist das Bild, was UdSSR an die Welt vermitteln möchte. Ich verstehe das nicht. Damit macht man sich keine Freunde. Stell dir vor, ein Ausländer probiert das. Dann denkt sich, oh, UdSSR. So schmeckt UdSSR wahrscheinlich. Das erinnert mich irgendwie an Schimmelkäse. Dieser mockige Nachgeschmack, weißt du, was ich meine? So modrig. Das kennst du, glaube ich, auch schon, weil Rob's Schwester hat das letztens selbst gemacht und ich hab schon die Hälfte davon rausgegelt. Ich wollte gerade sagen, die Packung sieht ein bisschen leer aus, dafür, dass die neu sein soll. Also auf Deutsch, ihr seht das gerade in der Kamera, das heißt Nüschen. Auf Russisch Areschki. 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 Es ist einfach nur Gyshonka, karamellisiert und Steig. Das ist da drin. Du willst mich? Ich hab ja gerade erzählt, wie man das braun bekommt. Du kochst einfach diese Dose im heißen Wasser und das wird braun. Das wird zu dem hier. Genial, oder? Das ist irgendwie eklig. Hammer, oder? Du hast es mich gerade zerstört. Immer noch sind die lecker. Jetzt nach dem Fünften merke ich auch vielleicht ein bisschen zu viel, aber der ist natürlich auch im Geschmack. Das hier hab ich mal für Rob's Schwester auch mal gekauft. Das heißt Käselein, Alter. Das ist auch wie vierfach zu finden. Ich muss sagen, als Kind mochte ich das sehr. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch mag. Das werden wir gleich rausfinden. Boah, ist das hart. Ich bin, glaube ich, echt zu verwöhnt von deutschen Süßigkeiten. Das ist das russische Kinderfingui. Nö, dicker. Für Leute, die das vermissen, dass es ein bisschen mehr von dem weißen Zeug gibt, dem Pinguin. Hier ist genug Weiß, Alter. Guck. Frischkäse-Riegel mit Mohl in kakaohaltiger... Das nenne ich mal Pinguin. Kakaohaltige Fettglasur. Das ist nicht mal Schokoglasur. Das ist eine kakaohaltige Fettglasur. Deswegen ist das so schwierig. Also 5 Millimeter Fettchen hier. Also ich muss sagen, ich mag das immer noch. Wen willst du auch eins haben? Auch nicht. Aber du musst es erst mal probieren. Guck mal, er beißt direkt ein saftiges Stück ab, Alter. Er hat fast die Verpackung abgebissen. Ja. Wie wird man die einfach verpacken? Ah ja. Ja, aber erst mal helfen. Das habe ich als Kind maximal zweimal insgesamt bekommen. Weil das sind so ganz teure Miniriegel. Ich habe die Verpackung als Kind stundenlang angeschaut. Und dann habe ich nicht getraut, das aufzumachen. In meinen Augen war das voll edel, weißt du? Das ist ein bisschen creepy. Deins ist Alonka. Das ist so ein Mädchenname. Alonka. Und an sich sind ganz normale, bittere Schokoladeregel mit Waffeln drin. Nix Besonderes. Ist okay. Besser als die meisten Sachen, die wir heute probiert haben. Ich glaube einfach als Kind hat man andere Geschmacksnerven als jetzt. Ja, als Kind, je mehr Zucker, umso besser. Was mich interessiert hat, was das hier ist. Ich meine, das sieht das aus. Philipp wollte, dass ich das hier kaufe. Das sind, glaube ich, einfach so Marmeladengelee-Dinger. Lass die mal probieren. Das sieht aus wie so normale Gummibärchen. Russische Gummibärchen. Meine Mom hat das so gefeiert. Ist auch noch überzuckert, Alter. Obendrauf ist noch Zucker. Guck mal, wie das glänzt, Alter. Oh, ich weiß genau, was das für ein Geschmack ist. Das riecht aber auch noch Zuckerwatte, oder? Ja. Das ist das, was du an Karneval immer kriegst, wenn du als Kind bei so einem Karnevalszug gegangen bist. Ich glaube, Asiat mögen das auch, oder? Die feiern das ultra kräftig. Also, wenn du mich fragst, wir können das gerne weglassen. Ja, dann lassen wir das weg. Okay, das ist einfach nur Karamell, Alter. Ja, das ist so wie das andere, nur weicher. Macht gar keinen Sinn, eigentlich. Nichts Besonderes. Aber das hier sind Stückchen von einer Torte. Eigentlich habe ich das geliebt als Kind, weil das ist auch einfach Waffel und dazwischen dann wieder braun aus Geschönkack. Warum macht ihr denn so viel mit dieser Scheiße? Weil es billig ist, ne? Ich sag doch, das ist Milchshake für Arme. Ja, vorbei bei mir. Ich hab mir das echt leckere vorgestellt, aber es geht. Meinst du, so russische Familien in Deutschland kaufen sich sowas für zu Hause? Bruder, ich war heute Morgen ankauchen. Das war Stau in den Gängen. Ich wusste nicht, wohin mit mir. Die ganzen russischen Tanten so, und ich merk schon, okay, die sind aggressiv drauf. Ich muss Platz machen, weil sie machen keinen Platz. Und ich guck mich so böse an, Alter, verpiss dich, was fühlst du von dir? Die dachten wahrscheinlich, dass ich ein Deutscher bin. Daher will sie keinen Deutschen, verstehe ich. Kann gut sein, ja. Ihr seht deutsch aus, oder? Was würdest du dir sagen? Genau. Bruder, mit dem Hemd, Steuerberater und der Frisur, sein Vater, Alter. Schreibt es in die Kommentare. Hab ich mich gut angepasst? Na klar. Es war zum Großteil okay. Einiges aus meiner Kindheit finde ich immer noch gut, habt ihr ja gemerkt. Einiges ist gut, dass es aus meinem Leben weg ist. Werde ich auch nicht vermissen. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon kennt und was ihr davon mögt. Schaut euch auch bei Mink vorbei hinter der Kamera, auch bei Smiley. Es gibt sicherlich ein neues Video, was online gegangen ist. Vergesst natürlich nicht, diese Videos auch zu checken, nicht eingeblendet werden. Diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Bis dahin, bleibt schön gesund und gut drauf. Bye-bye. Jetzt Wodka, oder? Ich bin Jägermeister. Haben die Jägermeister? Ja. Haben wir hier? Ja. Ich bin Küfrach, ja.